Fortima F-1250 F-1250 presst Rundballen mit einem Durchmesser von 1,25 Meter. Sauber nimmt Fortima das Erntegut auf. Easy Flow, die ungesteuerte Krone Pickup, lässt nichts liegen. Mit einer Aufnahmebreite von 2050 Millimetern nach DIN überzeugt Fortima unter allen Einsatzbedingungen. Easy Flow folgt mit Unterstützung der seitlichen Tasträder jeder Bodenkontur. Easy Flow ist eine ungesteuerte Pickup, besitzt also wenige bewegliche Bauteile. Deshalb kann Easy Flow mehr leisten, benötigt weniger Wartung und hat einen geringen Verschleiß. Im Vergleich zu einer gesteuerten Pickup arbeitet Easy Flow mit höherer Drehzahl. Deshalb wird Fortima schneller gefahren und erreicht mehr Durchsatz. Dabei sorgt der Rollen-Niederhalter für einen kontinuierlichen Gutfluss und die seitlichen Zuführschnecken garantieren feste Ballenkanten. Weltweit sind Krone Fortima Festkammerpressen erfolgreich im Einsatz. Die Fortima Festkammerpresse ist einfach aufgebaut und hat nur wenige Antriebsketten. Dies senkt den Leistungsbedarf, erleichtert alle Service- und Wartungsarbeiten und erhöht die Zuverlässigkeit. Herzstück der Fortima Festkammerpresse ist die völlig geschlossene Ballenkammer mit dem endlos umlaufenden Stabkettenelevator. Die automatische Spannvorrichtung sorgt für stets konstante Kettenspannung. Übersichtlicher Aufbau, ungesteuerte Pickup, Stabkettenelevator, hohe Pressdichte. Ob mit oder ohne Multicut-Schneidwerk. Immer liefert die Fortima Festkammerpresse F1250 feste und formstabile Ballen. Krono, the power of green.